Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unsere kleine Ölschiene fertig gemacht. Er transportiert nun von A nach B Öl, beziehungsweise zur Raffinerie. Und von der Raffinerie wird es in den zweiten Zug zum Flughafen gebracht. Vom Flughafen aus geht's quer über die Map rüber nach Bottrop, zur Bottrop Treibstoff-Raffinerie. Hier sehen wir auch schon eins unserer Flugzeuge mit Vollkaracho gerade über die Karte ballern. Weil es natürlich auch die Cargo loswerden will wiederum. Und ja, schauen wir mal, wie weit es jetzt dann gut geht. Und wir kriegen dauernd neue Fahrzeuge, das ist gerade extrem geil. Bedeutet, in Zukunft können wir wahrscheinlich unsere Maschinen alle mal austauschen. So, jetzt geht's in den Landeanflug. Und wie gesagt, in Zukunft werden wir den dann gegen einen allgemeinen Flughafen austauschen. Wahrscheinlich. Und dann werden hier aus die Menschen rüber direkt den Schlatt auch gebracht, per Bus. So, wie viel gibst du uns? Eine Million. Das würde ich als lukrativ sehen, ne? Ich wäre ja für eine Art Luftbrücke. Also fünf weitere gleich könnten wir davon noch einsetzen. Die würden uns ein ordentlich Plus geben. Klar, der Kostenaufwand für Flugzeuge sind immer so eine Sache. Aber ich finde, das würde sich was bringen. Wie viel sagst du? Für fünf, acht Millionen. Gut, das nehme ich. Die werden direkt allein gesetzt für Ölflugtransport. Flugtransport. Schick die Flugzeuge los! Alter, schau dir die Flugzeuge an! Massenweise jetzt. Das ist der Hauptflughafen, ey. Wahnsinn! Flugzeug nach Flugzeug macht sich unterwegs, um Öl abzuholen. Wir haben eine neue Goldgrube gefunden. Das ist natürlich lecker. Und was man in Zukunft wahrscheinlich auch machen kann, ist, dass die Dinger sozusagen dann auch was zurück mitnehmen. Ähm, Frage ist, ob die das machen würden. Dann könnten wir nicht für das genau versorgen, auch ein bisschen. Kann ich rein theoretisch bei sowas auch ein Güter? Geil. Wir bauen hier noch eine Güterstation an. Wir bauen die Passagierstation aus. Ja, wir haben so viel Öl jetzt gerade, aber hier müsste irgendwo eine massive Menge Flugzeuge unterwegs sein, die sich darum kümmern wird. Und von hier aus bräuchten wir rein theoretisch hier nur Straßenkonstruktionen. Kreisel. Riesige Autobahnabfahrten. Kleeblätter. Skalierung groß. Was sind wir... Holy shit. Anzahl Fahrbahn 3. Innerer Radius. Oh, schaut euch die Maschinen an, die wir kriegen. Oh, was schön. Aber ich wollte eigentlich mich um Cargo kümmern. Ähm, und zwar würde ich gerne dann halt hier vor Ort... ...alles in so einer Seitenstraße abliefern. Und dann per... ...neuer Linie. Von hier aus. Ne, ne. Das hast du falsch verstanden. Du bist Cargo. Wenn das ist, wenn ich zuerst... ...nimm die Station... ...nimm die Station. Warum sagt er trotzdem, er nimmt da unten die... ...nicht die... ...Station hier hinten. Ach, leck mich. Für was baue ich das dann die ganze Zeit? Ah, wo ist denn die komische neue Linie hier? Woran denken der, dass ich da Passagiere machen will? Ach so, vielleicht war ich da unten... ...das war falsche Zeichen. Klick, kann das sein? Ja, oh Gott, ich bin dumm. Und jetzt nochmal... ...hier drin. Ah, warum hab ich denn da unten dacht, dass das andere Menschen wäre? So. Fertig. Und da brauchen wir jetzt natürlich für noch ein paar Busse. Beziehungsweise LKWs. Ich nehm einfach mal... ...fürs erste... ...einen der neuen LKWs. Der sollte auf der Route reichen. Oh ne, das weiß ich nicht. Oh, okay. Dann halt zwei. Mann. Es gibt zwar Linie zwei hier. Und Linie zwei müsste ich noch bitte umbenennen in Treibstoff. Treibstoff. Triebstoff. Triebstoff. Treibstoff. Für Kirchgasse. Warum heißt die Stadt Kirchgasse? Kirchgasse. Perfekt. Und rein theoretisch müssten... Jetzt... Wir haben nen Stau auf der A3, Jungs. Wir haben nen Stau auf der A3. Wie schaut das drüben beim Flughafen aus? Rein theoretisch. Ja, jetzt liefern sie auch... ...geht das direkt in den Liefermodus mit über. Oder die Profitabilität des Flugzeugs... ...wird ein bisschen steigern. Neue S-Bahn. Schön, schön. Da fliegt schon der nächste wieder mit Öl ab. Ein paar Sekunden später sollte der nächste mit Öl kommen. Ah, schön. So mögen wir das. Bist du schon einer, der mit Raffinerierten... Ne, bist du einer? Ne. Das sind noch die ganzen Leerflüge. Aber rein theoretisch... ...sollte der jetzt an... ...6 ist schon da. Er wird natürlich nie so viel liefern wie... ...oder bringen jetzt wie die anderen. Aber er bringt ein bisschen Profit natürlich mit. Man sieht nur, wie sie versuchen, der Masse herz zu werden. Flugzeug nach Flugzeug startet und landet. Zwischen durch Passagiermaschinen, aber jetzt nur noch Cargo gefühlt. Der hat Plus gebracht. Bleib mal stehen. Du hast jetzt gleich dabei. Cool. Geht auch ab. Andere schaut irgendwie so einer aus, der landen wollte. Ja, der wollte landen. Geht auch ein bisschen was gebracht. Schön. Es ist nicht viel, was ankommt natürlich, ne. Aber... ...es ist etwas. Der liefert auch nichts wieder, okay. Ne, die werden alle nicht liefern, denke ich mal. Das wird sich hier jetzt... ...nicht wirklich durchsetzen fürs Erste. Aber irgendwie wird das auch wieder reduziert teilweise. Der Transport liegt bei 1%. Ey, ich hab Flugzeuge. Was willst du von mir? Wie soll ich denn das schneller transportieren? Naja, egal. Wir kümmern uns mal wieder um meine Lieblingsstadt München. Das ist ja so eines der Haupt-Holy-Shit-Systeme hier. Und die beiden Tram-Bahnen, glaube ich, könnten mal ein Upgrade gebrauchen. München 1 links. Ja, da wollte ich erstmal... Da sollte ich vielleicht so reingucken, ne. München 1 links hat eine von dir. Ich will dich ersetzen gegen eine neue. So. Ersetzen. Schauen wir, wie die jetzt sind. Die sind flotter, eleganter. Und sollten um einiges besser auch sein, denke ich mal. Genauso können wir uns mal hier um den Transport kümmern. Das müsste jetzt... Welche Linie ist denn das jetzt hier? München, München. Werkzeug München. Da ich Universalfahrzeuge natürlich... Oh, Werkzeug München. Muss ich hier wieder gucken. Da ich Universalfahrzeuge in Massen rein. Die ersetzen wir jetzt gegen die neuesten Universalfahrzeuge. Dadurch sind die natürlich wieder im guten Zustand. Und sollten in Zukunft noch mehr liefern können. Die erhöhte Kapazität... ...wird uns einiges bringen. Wie schaut's mit dem Zug aus? Details. Zustand schlecht. Finanzen. Ja, er hält sich. Ich würde sagen, er kriegt trotzdem mal... ...hier eine Überarbeitung. Jetzt muss ich ihn bloß finden. Das ist dann nur das Problem, wenn du nicht weißt, wie es heißt. Die haben wir ihn doch. Ersetzen. Durch erstmal eine elektrische Bahn. Holy shit, wie viel sind das jetzt? Irgendwas richtig flottes auch hier dabei? Oder fällt das alles mit der Diesel noch? 120? Er hat auch irgendwas mit 160 gerade vor noch, oder? 160, damals doch. Wir nehmen die E1. Und brauchen dann Cargo. Zusatzposition. Zugkompositionen. Okay. Ne, ich hätte jetzt gerne Cargo. Und zwar für... ...Weizen. Ich glaube, da hat sich noch nicht so viel geändert, aber wir tun mal trotzdem. So eine 200-Meter-Komposition. Wir sollten jetzt das Ding um einiges schneller fahren können. Jetzt bringt sich sozusagen die Geschwindigkeit dann was. Und damit sollte hoffentlich einiges sich verändern können. 2,5 Fillionen. Schon wieder ein neues Flugzeug. Holler hier, dieweil. Und jetzt noch mehr... Alter, wie viele Fahrzeuge? Und der ist natürlich jetzt noch schneller unterwegs hier, der Freund. Holen wir den Zug auf? Holen wir den Zug auf? Ja, da ist er. Ja. Ja. Hallöchen. Wir sind da, um ein bisschen Weizen abzuholen. Oh, Squeechen. Oh, so schön. Das Squeechen hat mir gerade gefallen. Das Squeechen war gerade echt ein Highlight. Das ist die nächste... Ich glaube, ich kriege sie mit zwei Stationen sogar voll. Das Problem ist ja eher dahinter, dass sozusagen nicht genug Ding ist, ne? Aber das Problem, glaube ich, war die Reihe hier. Das war... Bottrop Brot. Zu viele... Und nicht so viele zum Gebrauchen. Ja, wir nehmen mal hier vier Fahrzeuge. Schmeißen wir auf den Müll. Und die anderen dafür werden ersetzt gegen Hightech-Fahrzeuge. Dadurch sollten wir die Lieferleistung erhöhen, hoffe ich. Weil genug hat er ja. Er hat es noch niemals geschafft, ein Level aufzusteigen, weil der Versand angeblich so kacke ist. Was habe ich denn? Die tonnenweisen und teuren Fahrzeuge. Und sie scheinen auch immer noch im Straßenverkehr nach hier vorne unweigerlich zu wollen. Oder beziehungsweise zu nutzen. Ich glaube, unsere alten Dampfloks haben ausgedient. Eine unserer ältersten Linien wird überarbeitet. Linie 1. Züge mittelmäßig, aber ausgedient. Wir nutzen Elektrik, um nun die neuesten Hightech-Maschinen zu bauen. 160. Sind wir hier vorne jetzt weit dran. Dann gibt es den Passagierwagen. Aber hier kein Auto. Hier so. Kapazität wird auf 250 erhöht. Der Ausbau kostet 70 Millionen. 252 Personen Kapazität. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 252. 252. Jetzt fährt der Zug weiter und fährt nach hier ganz hinten. Was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen werden, ist hier mal eine ordentliche Autobahn hinsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.